Es hat ja in ganz Deutschland keine Entwicklungsabteilung für Bergsport gegeben, gar nichts. Das war eigentlich alles. Das gefreut mich, dass das heute noch ein Weltstandard ist. Ja, das war freilich prägend. Das war auch Ihr Erlebnis. Ja, klettern müssen wir. Wenn es uns erwischt, bleiben wir hoffentlich nicht schwer verletzt. Rückblickend war es eine sehr wertvolle Zeit. Ja, das war ein Welt. Das war aber auch ein Welt. Es war ein Welt. Man macht das zu uns. Wir brauchen ein Welt. Wir brauchen eine setsุe Zeit. Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020